Er ist einer der Großen. Wer auf YouTube gerne Geschichtsvideos anschaut, stößt früher oder später auf Geschichtsfenster. André, schön, dass du dir Zeit nimmst heute für das Interview. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich habe eine ganze Menge Fragen vorgestellt. Ich werde die einfach mehr oder weniger zusammenhanglos und ohne sinnvolle Überleitung nacheinander stellen. Ist das in Ordnung? Ja klar, leg los. Du hast ja schon unzählige Videos veröffentlicht. Gibt es da eins, auf das du ganz besonders stolz bist? Stolz, das ist eine gute Frage. Dass es besonders gut gelungen ist, wo viel Zeit reingeflossen ist. Es gibt natürlich das große Reaktionsvideo auf den Tag im Mittelalter, eine Fernsehdokumentation. Das ist natürlich das erfolgreichste Video, das ich je gemacht habe und hat natürlich dadurch auch eine große Reichweite bekommen. Aber die Reaktionsvideos, so nett sie sind, ich mag meine Fachvideos viel, viel lieber. Und ich glaube, da gibt es eine kurze Reihe über Hausrat. Da habe ich ein Hausratgedicht aus Nürnberg genommen. Also ein Nürnberger Volksdicher hat im ganz späten 50er Jahrhundert einen Hausrat beschrieben mit allem, was da ihm so einfällt. Und das habe ich als Quelle genutzt und habe das mit Bildern versehen. Ich glaube, das war so ein Video, das ist gar nicht so oft geguckt worden. Leider wird das sehr, sehr gerne machen. Was sagen lässt du? Das kenne ich noch gar nicht. Jetzt kommt jetzt auf die Liste. Weil es eben so eine Liste aus dem Mittelalter abarbeitet und nicht die Bilder dazu liefere. Also wenn der sagt, ein Bett, dann zeige ich, wie ein Bett aussah. Und so gehe ich da im Prinzip die Räume durch. Es ist ein dreiteiliges Video und das fand, finde ich, bis heute noch so eins meiner, also das mir auch am meisten Spaß gemacht hat. Ja, also mein Lieblingsvideo bisher von dir ist ja das über die Belagerung von Noise. Also bitte unbedingt mehr davon. Ganz aktuell, ja. Aber bevor wir jetzt noch weiter einsteigen in das Interview, vielleicht zunächst einmal für die, die dich nicht kennen. Was macht dich denn eigentlich zum Experten? Ja, das ist so eine schwierige Sache, weil ich habe keinen Abschluss. Also ich habe zwar auch studiert, aber ich bin kein Historiker im eigentlichen Sinn, auch wenn ich oft historisch erarbeite, das ist ja kein geschützter Begriff, also jeder kann sich Historiker nennen. Aber ich bin einfach nicht der klassisch ausgebildete Mediavist. Aber ich habe das Ganze lange als Hobby betrieben. Living History, Reenactment. Also ich habe schon als Kind, hat mich wirklich begeistert, alles, was mit dem späten Liste zu tun hatte, auch wenn ich es damals noch nicht so klar benennen konnte. Dann bin ich so über Tischrollenspiel, Lab, Living History, ganz kurzer Ausflug in die Mittelalter-Marktszene. gegangen und vor etwas mehr als zehn Jahren war dann der Punkt, dass meine Frau ist bei uns die Geldverdienerin, die ist Lehrerin und ich bin der Hausmann gewesen. Also wir haben eine Tochter bekommen und dann war klar, ich wohne hier auf dem Dorf, also bin ich der Hausmann. Und dann habe ich meine Firma gegründet, Geschichtsfenster, und habe die Idee gehabt, ich biete Living History, historische Darstellung zum Beispiel an Schulen an. Das ist der klassische Schulbesuch, den ich bis heute mache. War nicht so irrsinnig erfolgreich, weil an die Schulen ranzukommen ist echt schwierig, hierzulande. Du musst also immer in die Lehrer direkt rankommen, alles andere nützt dir gar nichts. Und deswegen ist es immer so gedümpelt. Also ich habe immer gesagt, das bewahrt mich davor, irgendwie bei allen an der Kasse zu sitzen, um so den Nebenjob zu machen. Ich habe das mit Geschichte hinbekommen. Dann habe ich auch angefangen, an der Fernuni Hagen Geschichte zu studieren. Das klingt immer so nach irgendwie Fernlehrgang ganz billig, aber die Fernuni Hagen hat wirklich großartige Dozenten. Also auch ganz, ganz tolles Studium. Ich habe aber schon sehr früh gesagt, ich mache da keinen Abschluss. Also ich hätte natürlich einen Bachelor zum Beispiel machen können, aber da hätte ich mich durch die ganzen Nebenfächer prügeln müssen, die mir so nichts gegeben haben. Ich habe meine Geschichtsmodule abgearbeitet. Also ich weiß ungefähr das, was ein Bachelor über Geschichte gelernt hat. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir halt die Abschlussarbeit gespart. Aber ich war auch schon um die 40, als ich da studiert habe. Also es war nie auf Abschluss gedacht. Es war für mich zur Weiterbildung gemacht. Also ich kann sagen, ich habe einen kleinen universitären Hintergrund. Ja, und die ganzen Bücher, die da im Hintergrund stehen. Aber mein Feld, auf dem ich arbeite, ist natürlich auch ein spezielles. Also was für mich wirklich so der Punkt ist, ich gehe ja auch als historischer Darsteller ganz viel über Sachquellen und ganz viele Bildquellen. Also Sachkultur ist so mein Ding und Bildquellen ist da auch noch ganz, ganz wichtig. Und das wird halt im normalen universitären Geschichtsstudium oft eher vernachlässigt. Das ändert sich auch so langsam. An einigen Unis wird das ja gemacht. Aber so das klassische Geschichtsstudium ist ja Schriftquellen. Man kann auch sagen, der Historiker ist ja Schriftquellenkundige. Ja. Und das ist ja nicht das, was ich mache. Also mit Schriftquellen zu arbeiten, ist schwierig. Ich kann es natürlich zeigen und alles. Aber selbst wenn ich so Ausschnitte vorlese, da kriege ich Leute nicht. Aber Bildquellen sind natürlich etwas, was man sich viel schneller erschließt. Ja. Und dementsprechend ist das so mein Fachgebiet. Okay. Und dein Fokus ist ja Mittelalter genauer, spätes Mittelalter, ja? Ja, also ich bin ja gerade durch das Fernstudium bin ich da schon weiter aufgestellt. Ich habe zum Beispiel auch außereuropäische Geschichte drin gehabt und so. Also ganz spannende Felder. Aber meine Darstellungszeit, die ich eben als historischer Darsteller immer mache, ist so um 1475. Und deswegen bin ich ja... Ja, also plus, minus, was weiß ich, zehn Jahre. Sagen wir zehn Jahre plus, minus. Und das ist natürlich dann, dadurch, dass ich da schon viel in Recherche investiert habe, kenne ich mich da halt sehr gut aus. Und das Schöne ist auch als Darsteller, genau wie auf meinem Kanal, ich muss ja... Ich rede über das, was die Leute interessiert. Wenn ich merke, da steht einer vor mir, nehmen wir an, der ist Schreiner, dann zeige ich dir meine Möbel. Das finde ich großartig. Ich rede über Möbelbau im Spätmittelalter. Und ein anderer interessiert sich für meine... für irgendwelche Handschriften. Dann rede ich mit ihm über Handschriften. Und dementsprechend, man ist da sehr breit. Und das ist natürlich für meine Arbeit mit dem Film großartig, dass ich ein breites Wissen über das Mittelalter habe. Also wenn es so ins Spezielle geht, wenn sie es irgendwie tief in die Schrift fällen. Also das ist, was so ein Historiker im Archiv oft macht. Das ist gar nicht so meins. Da bin ich, muss ich auch sagen, mein Wissen ist da teilweise eher oberflächlich, aber dafür breiter aufgestellt. Das sagst du ja auch in deinen Videos immer wieder mal in verschiedenen Stellen, was ich total gut finde. Wenn du etwas nicht genau weißt, dann sagst du es auch. Oder wo du es her hast. Klar, also es geht ja genau darum. Also auch, was ich auch in manchen Videos sage, das, was ich mache, es gibt Leute, die denken, dass ich irgendwie, weil ich mich gerne mal so mit den Dokumentationen im Fernsehen anlege, dass ich irgendwie gegen den Mainstream ginge. Und ich bin voll im Mainstream, was akademischen Mainstream angeht. Also das, was ich erzähle, ist so auf dem Level, sagen wir, erstes Semester Einführung für junge Studenten. Auf dem Niveau arbeite ich in den Filmen. Da muss man sich keine Illusionen machen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwelche weltbewegenden neuen Erkenntnisse gegen die Fachwelt oder sowas durchsetzen will. Unfug. Ja. Wann hast du angefangen mit YouTube? Ah, das ist eine ganz lustige Geschichte. Vor ziemlich genau zwei Jahren. Also im Dezember 2020 habe ich genau angefangen. Da kam ja der Lockdown, der harte Lockdown. Hat er das damit zu tun? Ja, der hat damit zu tun, weil es gelief über Kaptorga. Kaptorga ist ein anderer, sehr empfehlenswerter Kanal. Der ist vor allem mit Frühmittelalter und Slaben bis ins Hochmittelalter beschäftigt. Da ist also von zwei sehr guten Freunden, einem Archäologen, einem Historiker betrieben. Und die waren zu der Zeit beschäftigt mit Dreharbeiten für ein Museum in Berlin. Die hatten keine Zeit für ihren Content. Und da haben sie damals zwei Leute gefragt aus ihrem Umfeld. Der eine hat für Facebook Texte geschrieben und ich sollte was auf YouTube machen. Und es war so, um Himmels Willen, was soll ich tun? Ich habe dann angefangen, mich vor mein Handy zu setzen und aufzunehmen. Und ich habe sehr schnell gemerkt, es ist eine Katastrophe, weil ich nehme jeden Take 15 Mal auf und bin immer noch nicht zufrieden. Und dann hat einer von den beiden von Kaptorga gesagt, du machst es doch auf Märkten, auf Historiker und Veranstaltungen ganz genauso. Du redest einfach. Versuch es mal. Und deswegen ist so meine Arbeitsweise bis heute. Ich rede in die Kamera, schneide die schlimmsten Verhaspler raus, aber im Prinzip ist es eine One-Take-Aufnahme. Und das kann ich. Das funktioniert irgendwie. Es ist nicht perfekt. Ich bin mir meiner sprachlichen Defizite bewusst. Aber es ist die Art, die ich machen kann. Wie haben denn Menschen am Anfang reagiert? Also die ersten Zuschauer sozusagen. Und wie reagiert man heute auf das? Ah, also ich habe dann angefangen auf Facebook über den Lockdown hatten wir den irren Plan, jeden Tag zu senden. Ich habe jeden Tag nach dem Tag eine Sendung gemacht irgendwie zu Themen, also noch völlig ungeskriptet, einfach so aus meinem Wissenshorizont raus. Und im Januar sind wir dann umgezogen auf YouTube, haben richtige YouTube-Filme angefangen. Das habe ich dann ein halbes Jahr etwa für Kaptorga gemacht, bis die wieder mit ihren Sachen fertig waren und selber wieder übernehmen konnten. Die machen das ja bis heute auch sehr erfolgreich. Und dann war natürlich klar, gut, jetzt habe ich angefangen. Jetzt kann ich auch weitermachen. Habe dann meinen eigenen Kanal reaktiviert. Den gibt es schon seit acht Jahren oder sowas. Da ist aber nie was passiert. Da standen drei Filmchen drauf. Ja. Und dann habe ich angefangen. Bei mir ähnlich, ja. Ich hatte zwei, drei Filme, die sind schon einige Jahre alt, die auch gut liefen. Aber da ist lange nichts passiert. Und dann erst so seit so ein, zwei Jahren dann regelmäßig. Und ja, also ich glaube, viele Leute kannten mich schon irgendwie von Facebook und aus dem Umfeld. Also es waren viele Leute, die so aus dem Umfeld eben von Kaptorga oder auch Living History sind, aus meinem persönlichen Umfeld. Und ich glaube da, die wussten schon relativ früh, was ich mache. Und dann hatte ich natürlich den Riesenvorteil, dass ich beim Wechsel natürlich eine Menge Zuschauer mitgenommen habe. Ich habe erst mal so einen Push mitbekommen. Der Kanal ist ganz schnell von, ich glaube, es waren irgendwie 20 Leute, die es vorabonniert hatten. Und das war innerhalb von wenigen Wochen irgendwie auf 300, 400 Leute angewachsen. Also es ging natürlich schnell. Da habe ich einen super Push gehabt. Und ja, aber ich weiß nicht. Also ich hatte von Anfang an eigentlich nur gute Reaktionen. Die kamen dann später. Also später kamen es immer Leute, also wer mir zuhört, merkt schnell so zwischen SCH und CH kann ich nicht so richtig unterscheiden. Bzw. ich mache es eigentlich sehr zuverlässig genau andersrum. Und da habe ich immer wieder Kommentare, die das monieren. Und teilweise sind die auch, also es sind auch durchaus Kommentare dabei, die grenzwertig sind. Das ist aber erst später gekommen, als der Kanal dann deutlich größer geworden ist. In der Anfangszeit hatte ich sowas überhaupt nicht. Da hatte ich ein paar sehr gute Tipps. Da kamen auch mal Leute und haben mir also gesagt, du, es ist nicht schlecht, was du machst, aber dein Ton ist saumäßig. Und dann habe ich halt plötzlich einen Berater gehabt, der mich, was Akustik angeht, unterstützt hat. Das hatte ich immer wieder. Also wer in die frühen Videos reinguckt, technisch ist das immer, immer besser geworden. Kenne ich, kenne ich. Bekommst du dann eigentlich nur Kommentare oder kommen auch irgendwann irgendwie auch Zuschriften bei dir an, dass du E-Mails bekommst oder vielleicht sogar handgeschriebene Briefe und kannst du vielleicht da eine lustige Sache davon erzählen? Also handgeschriebener Brief? Oder überraschendes? Ganz viel. Also handgeschriebener Brief habe ich gerade erst zu den Gästen das hier bekommen? Nein. Doch. Fand ich total großartig. Liegt halt zufällig noch hier. Und das ist von einem Fan oder was? Das ist, ja, das ist genau. Und da hat mir jemand das Ganze sehr nett geschrieben. Aber ich kriege Kommentare natürlich ewig viel. Tatsächlich bekomme ich auch für meine Zugriffszahlen auf YouTube überdurchschnittlich viele Kommentare. Das können gerne mal 500 bis 1000 Kommentare unter einem Film sein. Ruckzuck. Zuschriften kommen auch. Ich habe ja so mehrere Kanäle auf Facebook oder eben auch über meine E-Mail-Adresse. da kriege ich Zuschriften. Ich kann nicht alle beantworten. Vor allen Dingen, weil ab und zu welche da liegen, die denke ich, ja, die beantworte ich die Tage noch. Funktioniert super. Aber was ich direkt beantworten kann, versuche ich auch zu beantworten. Aber abgesehen von sowas, es kamen dann auch andere überraschende Sachen. Gerade, wie gesagt, für mich Halbhistoriker mit dem Werdegang. Ich habe im letzten Jahr vier, nee, sogar fünfmal an Unis gearbeitet. Auch per Zoom-Meeting. Und habe Seminarklassen an Unis, was über die Lebenswirklichkeit in der Zeit, über die sie gerade zum Beispiel historische, ja, Roman, historische, Roman, denke ich mir an, das ist falsch, aber eben Geschichten aus dem Mittelalter, wie zum Beispiel Parsifal. Eine Klasse hat Parsifal gemacht und dann habe ich ihnen erzählt, ja, in der Zeit, 13. Jahrhundert, wie sieht Europa im 13. Jahrhundert überhaupt aus? Was ist da in unserer Vorstellung falsch? Und das kam genau über solche Filme. Da haben Leute mich entdeckt und haben gesagt, ach, das ist nett, den hole ich mal dazu. Und das ist natürlich für mich, hallo, eine Uni sagt, können Sie mal als Experte dazukommen? Ja, klar. Also, das wird mittlerweile anerkannt, was du machst, ja? Okay. Ja, es ist halt immer wieder ein Thema, wo auch Leute flamen, also immer wieder kommen Leute, die entdecken, dann googeln mich offensichtlich und merken, ah, der ist ja Baustoffhändler. Ja, ich war in meinem Leben auch mal Baustoffhändler, das ist korrekt, aber das ist 15 Jahre her und in den 15 Jahren dazwischen habe ich auch was gemacht und das war halt tatsächlich historische Arbeit. Also, ich mache es ja schon länger, ich arbeite schon länger für Museen, ich arbeite schon, habe auch schon länger tatsächlich auch Beratung gemacht, also es gibt, hatte jetzt letztes Jahr einen Auftrag, da habe ich ein Freilichtmuseum beraten, welche Möbel sie anschaffen und über meine Kontakte zu historischen Schreinern habe ich ihnen die Möbel dann auch gleich noch besorgt. Also, ein paar wissen, dass ich das, was ich tue, auch kann, aber ich glaube, das mit so allgemeiner Anerkennung, das ist halt immer schwierig, weil ich für einen ganz großen Teil der akademischen Welt bin ich einfach völlig außerhalb des Radars. Ist so. Seit wann machst du Living History Erlebnisführungen und sowas? Also, Living History mache ich seit 2008, da bin ich, ich habe vorher ganz lange Lab gemacht, also Live Action Roleplaying, das war so ein Hobby, das ich da schon zehn Jahre gemacht habe und ich habe mich innerhalb dieses Labs auch immer mehr historisch orientiert, meine Ausrüstung ist immer historischer geworden und ich habe mir doch irgendwann den großen Jugendtraum erfüllt, ich habe mir eine richtige Rüstung gekauft. Also, so von einem der besten Plattener, die man so kriegen kann, ich habe unfassbar viel Geld investiert, aber es war schon... Ich wollte gerade sagen, das ist gut teuer. Ja, wir reden da von über 20.000 Euro, über die Jahre, also nicht auf einmal, was ich mir zuerst gekauft habe, war ein Helm und eine Brustplatte mit dem Rücken, ich habe es so schrittweise gemacht, aber es war halt, das wollte ich schon immer haben, andere wollen Motorrad, ich wollte eine Rüstung, habe ich mir irgendwann gegönnt, schon im Lab. Dann wurde ich eingeladen, mal an Living History teilzunehmen, da gab es auch eine größere Veranstaltung, da hat das Ganze sehr gut gepasst und ich kam eben in meiner teilweise sehr guten Ausrüstung, da haben sich die Leute auch sehr gewundert, wo einer aus dem Lab herkommt, der so eine Rüstung hat, in anderen Sachen hatte ich ganz große Defizite, aber generell habe ich da mit Living History angefangen und macht es jetzt seit ungefähr, also ziemlich genau seit der Zeit und war auf vielen Veranstaltungen, deshalb habe ich auch selber Veranstaltungen organisiert, das kam dann auch relativ bald, bin aber nie irgendwie Teil einer Gruppe geworden, ich war immer so einzeln, mit meiner Frau, und eine Frau macht das genauso wie ich, wir sind da immer zusammen unterwegs, aber wir waren immer so Einzeldarsteller und dadurch ist natürlich die Ausrüstung gewachsen, also dass ich irgendwie historische Nachbildung von Möbeln habe, historische Kleidung, die ganzen Sachen, die ich ab und zu mal so zeige, das ist natürlich dadurch gekommen, dass ich das Ganze als Hobby eine ganze Zeit gemacht habe, bis es dann eben zum Beruf geworden ist und also Living History, wir haben mit dem Begriff nichts anfangen kann, also Reenactment findet man häufiger, aber Reenactment ist eigentlich so die konkrete Nachstellung, also zum Beispiel eine Schlacht und Living History ist so die Darstellung von Alltagsleben, aber es ist wichtig, weil Living History, die Darsteller wollen schon so genau wie möglich arbeiten, wissen alle, es gibt nie 100%, völlig logisch, aber es ist eben nicht das, was man oft auf Mittelaltermärkten sieht, es gibt ja Oberschneidungen, es gibt historische Darsteller, die gehen auf Mittelaltermärkte, aber grundsätzlich ist das mehr, eben auch Hobby, es ist weniger, auch nicht kommerziell, wir arbeiten, wenn wir für eine Burg oder ein Museum arbeiten, dann allenfalls für ein Handgeld, große Gagen werden da nicht gezahlt, es ist tatsächlich, diese ganzen historischen Darsteller haben so ihre Sendung Bewusstsein und Wollen und das teilen. Was ja auch in Ordnung ist, wenn das Spaß macht und Hobby ist, ist das ja in Ordnung. In deinen Videos ist mir aufgefallen, da ärgerst du dich sehr oft darüber, wenn das Mittelalter extra rückständig und dreckig dargestellt wird. Deshalb möchte ich dich gerne umgekehrt fragen, möchtest du vielleicht ein paar Dinge sagen, wo das Mittelalter tatsächlich sehr rückständig war. Das ist furchtbar einfach, das Mittelalter, also nehmen wir die Ungleichheit, nehmen wir die Unfreiheit, also das Mittelalter ist grundsätzlich unfrei und ungleich, also jeder ist unfrei, nur in unterschiedlichem Maß, ungleich sowieso, also egal ob Mann und Frau oder auch zwischen den einzelnen Ständen und diese Ungleichheit ist halt schon extrem und gerade wenn wir zum Thema Frauen reden, Frau im Mittelalter, entweder sie heiratet und kriegt ganz, ganz, ganz viele Kinder und hat eine hohe Chance im Kindbett zu sterben und selbst wenn sie nicht heiratet, dann ist das eher noch ein gesellschaftlicher Makel und die Entscheidungsfreiheit ist quasi nicht gegeben, also das sind alles Dinge, die kann man gar nicht schönreden. Teile der medizinischen Versorgung, also ich stelle mir vor, ich ohne Zahnarzt nicht so doll, also es wäre ein Albtraum eigentlich im Mittelalter zu leben dauerhaft, weil ganz, ganz viel ist fremdbestimmt, ganz, ganz viel kann man nicht beeinflussen und man muss einfach auch sehen, dass selbst im Spätmittelalter locker 90% der Bevölkerung von Bildung ausgeschlossen ist und zwar komplett. Ob die das jetzt unglücklicher macht, die Leute damals, das weiß ich nicht, ob so ein Bauer, der sein Feld bestellt, und sein Wissen eben anders sich zusammensucht, ob der ein unglücklicher Mensch ist, das will ich gar nicht sagen, weil Glück ist ja so eine schwierige Sache. Wir heute sind ja auch nicht glücklich im Schnitt, wir haben ja ganz viele psychische Erkrankungen und sonst was, aber wenn ein moderner Mensch wie wir in die Rolle da hinein müsste, wir wären tot unglücklich. Ja, jetzt wenn du dir so Dokumentationen über das Mittelalter anschaust und ich möchte jetzt gar nicht über die ganz schlechten sprechen, sondern schon über die Dokumentation, wo man als Zuschauer zunächst einmal davon ausgeht, das ist eine Qualitätsdokumentation, also sagen wir vom ZDF oder von Arte oder BBC, was ärgert dich aber dennoch noch an der einen oder anderen von solchen Dokumentationen? Was mich eigentlich am meisten immer ärgert, ist der Fokus, den sie setzen und die Art der Darstellung, weil es gibt ganz selten Dokus, die uns zeigen wollen, wie die Menschen ihr Leben damals gemeistert haben, die wollen uns eher zeigen, wie die Leute gescheitert sind. Und das ist so ein Grundsatz, den wir immer wieder haben. Wo hat es eben nicht funktioniert? Und ja, natürlich gab es im Mittelalter garantiert schmutzige Straßen, aber das ist dann ein Scheitern. Das ist dann nicht der Zustand, der gewollt war. Und wenn wir so rangehen, dann kriegen wir jede Zeit negativ dargestellt. Also wenn ich über die Jetztzeit berichte und dann im Straßenwesen nur die Schlaglöcher zeige, ein Schlagloch ist Scheitern. Da ist es nicht gelungen, wenn ich das als einziges Thema mache, das wird schwierig. Und ich liebe diese Zeit vor allem wegen den unfassbar prächtigen Dingen, die sie geschaffen haben in ganz vielen Dingen. Also es überrascht mich immer wieder, ob das jetzt irgendwelche wertvollen Stundenbücher sind oder Kathedralen oder auch sanitäre Systeme in Städten. Es gibt ganz viele Dinge, über die berichten könnte und die wir eigentlich so nie haben. Wir haben immer, gut, es gibt jetzt eine Ausnahme, wenn es um Burgen geht, dann sehen wir natürlich schöne Burgen. Aber dann wird zum Beispiel der Brunnen in einem Satz abgehandelt. Was für ein Wunderwerk, ein Burgbrunnen ist. Man muss sich vorstellen, wir haben in Deutschland Burgbrunnen, die sind 196 Meter tief, durch massiven Felsen geschlagen, mit Belüftungssystemen, damit die Arbeiter nicht ersticken und alles Mögliche. Das sollte man nicht in einem Satz abhandeln. Das ist so eine Faszination, die kann man den Leuten mit ein bisschen mehr durchaus nahe bringen. Meiner Meinung nach. Jetzt, wenn ich mir dann deine Videos so anschaue, besonders die Reaktionsvideos, da habe ich mich dann manchmal gefragt, was ist das eigentlich für ein Typ? Ärgert der sich gerne? Wie ist der privat? Gerade wenn du dann so die Augenbrauen so nach unten ziehst und den bösen Blick hast. Ärgerst du dich gerne? Nee, eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich mit allen in Frieden leben, von allen gemocht werden. Alles soll gut sein. Ich meine, so ein Reaktionsvideos lebt natürlich auch davon, dass ich nicht stoich davor sitze. 10% ist das vielleicht auch Rolle. Aber ganz oft gruselt es mich halt in dem Bereich wirklich, weil es ist eine Passion von mir. Diese Zeit ist eine Passion von mir. Und wenn ich dann sowas sehe, das ist schon der Stich ins Herz. Also ich muss da gar nicht mich tief irgendwie verstellen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ich mich gerne ärgere. Ich bin eher so der Mensch, der sich ganz kurz aufregt. Ich gehe dann so in die Luft. Aber nach zwei Minuten ist alles wieder gut. Also ich bin kein nachtragender Mensch. Es ist nicht so, wenn ich irgendwie mit jemandem in Streit bin, den ich noch Jahre später nachtrage, der hat mich aber schief angeguckt. Sonst eher, dass ich kurz explodiere und danach ist alles wieder prima. Aber nee, ich ärgere mich nicht gern. Denken wir noch mal kurz an die BBC, an Arte, an ZDF. Fällt ja da aus dem Stegreif eine Dokumentation ein, die ganz besonders gut war? Doof. Es gibt zwei positiv beispiele ich immer nenne. Eine ist immer so schwierig zu nennen, weil ich habe da mitgespielt. Es gibt vom SWR eine zweiteilige Reihe über das Mittelalter. Das eine ist die Welt der Ritter und das andere ist die Stadt des Konzils über das Konzil in Konstanz. Die sind nicht perfekt. Es gibt da eine ganze Menge zu machen, aber sie haben wunderschöne Spielzinnen. Nicht nur, weil ich da drin vorkomme, sondern weil noch ganz, ganz viele andere herausragende gute historische Darsteller darin vorkommen. Und die sind einfach liebevoll gemacht. Da sind Spielszenen drin, die sind richtig gut gemacht. Und die restlichen Informationen sind zumindest brauchbar. Es gibt ein paar Sachen, wo ich sagen würde, aber nichts ist perfekt. Und dann gibt es eine sehr alte Serie. Ich glaube, die war auch ZDF. Die hat mich furchtbar geprägt. Das ist die Kreuzzüge von Peter Milger. Und das ist so eine Oldschool-Sendung, die alles richtig macht. Weil sie haben gar keine Spielzinnen. Sie zeigen nur Originalschauplätze. Und ein großer Teil dessen, was sie erzählen, sind Zitate von Chronisten. Sie nehmen die Originalzitate als Beleg. Und das ist so eine Art, also ich kenne keine andere Dokumentation, die einen so ans historische Arbeiten ranführt. Weil man als Zuschauer wird man ein bisschen zum Historiker, weil man kriegt die Quellen präsentiert mit einer Einordnung eines Sprechers. Und die habe ich geliebt. Die habe ich wahnsinnig geliebt. Die findet man nur noch auf YouTube irgendwo als Rip-Off. Aber da kriegt man die ganzen Folgen noch hin. Ist natürlich 30 Jahre alt, also nicht 16 zu 9 und auch nicht HD. Oder es sind dieselben Quellen. Ja. Haben sich ja nicht verändert in den 30 Jahren. Ja gut, mittlerweile wissen wir glaube ich ein bisschen mehr, aber es ist eine Serie, die mich geprägt hat. hat auch in allem, wie ich da rangehe, hat mich die Serie sehr, sehr geprägt. Das sind so meine beiden wirklichen positive Beispiele. Es gibt von der BBC ab und zu noch ein paar hochwertige. Andererseits, ich glaube, das was ich letztens gemacht habe über die Pest im Mittelalter, war auch eine BBC-Dokumentation. Und die war halt nicht wirklich doll. Habe ich gesehen. Also öde, vor allen Dingen öde. Lass uns noch mal ein letztes Mal kurz bei deinen unglaublich erfolgreichen Reaktionsvideos bleiben. Da habe ich mich ja gefragt, hast du da eigentlich auch mal rechtliche Probleme bekommen? Weil du zeigst ja auch, dass die Originaldokumentation in deinem Video ja, aber das darf ich ja. Oder willst du Briefe? Nee, es kommt was anderes. Also der Punkt ist, ich darf das, weil es ist vom Zitatrecht gedeckt. Ja, ich gehe ja darauf ein, was halt fast immer passiert, YouTube sperrt die erst mal, weil YouTube, der Algorithmus, kriegt mit, das habe ich ja schon hier, da ist ein anderer Rechteinhaber, wird gesperrt. Okay. Da gibt es dann unterschiedliche Varianten, ich muss dann Einspruch erheben, schreibe dann auch dazu, ja, ist eine Besprechung, ist eine kritische Auseinandersetzung, ich darf das. Und dann ist es oft so, dass sie innerhalb von ein paar Tagen wieder entsperrt werden. Fast immer kann ich sie danach nicht monetarisieren. Ja. In einigen Fällen, wie jetzt zum Beispiel gerade im aktuellen Fall, werden sie zugunsten des Rechteinhabers monetarisiert. Das war ganz toll, ja, es war ganz toll, weil ich in dieser Doku, in dieser Reaktionsvideo moniere ich noch, dass da alle fünf Minuten Werbung kommen. Warte, wie oft in meiner, in meinem Reaktionsvideo Werbung kommt. Tja. Genauso oft. Da hatte ich natürlich auch ein paar Kommentare, die gesagt, ja, du sagst, du monierst das und machst es selber. Kommt nicht von mir. Ich mache, also ich mache nie Werbung in den Filmen, weil ich hasse Werbung in Filmen, deswegen mache ich es nicht. Never ever. Ich mache Werbung vor dem Film, aber nicht im Film. Und dann gibt es auch Filme, die wurden nie freigegeben. Ich habe zum Beispiel ein Reaktionsvideo auf den Beitrag von Sendung mit der Maus, der hatte auf Schloss Burg, haben die eine Rüstung anprobiert, das ist ein ganz, ganz furchtbarer Film und das sage ich als bekennender Maus-Fan, der ist nie freigegeben worden, bis heute nicht auf YouTube gelaufen. Jetzt habe ich gerade einen aktuellen Fall, der zweite Teil dieser Burgen-Dokumentation ist immer noch nicht freigegeben, den kann man nur außerhalb von Deutschland gucken. Da warte ich halt jetzt auf die Reaktion, das muss innerhalb der nächsten 30 Tage erfolgen, aber das ist die Reaktion, die ich habe. Mehr kann eigentlich nicht passieren, weil, wie gesagt, ich zitiere nur, ich arbeite das kritisch, also ich verkaufe es ja nicht als mein Content oder sowas und da sehe ich auch eigentlich keinen Punkt, wo mir irgendjemand an den Karren fahren könnte. Ja. Also keine böse Briefe von irgendwelchen Anwälten, die bei dir im Briefkasten liegen? Nein, noch nie. Also ich hatte noch gar keine, ich wurde vor Jahren mal von meiner Homepage abgemacht. Vielleicht kommt jetzt einer auf die Idee. Geht halt schwierig, ja. Also ich hatte mal vor Jahren eine Abmahnung, weil ich ein Bild auf meiner Homepage, da hatte ich zwar den richtigen Text dazu geschrieben, der wurde aber durch, der wurde verborgen, ich habe da falsch, ich habe da nicht richtig das Ganze eingerichtet und deswegen war der Text nicht zu sehen, hatte ich eine Abmahnung an der Backe, das hatte ich mal, aber das ist schon länger her. Ja, das mit dem Foto kenne ich tatsächlich auch. Da muss ich, glaube ich, mal 450 Euro oder sowas bezahlen, wegen einem winzig kleinen Foto von Kall dem Großen irgendwo. Und wenn du dir dann selber einen Anwalt nimmst, dann musst du weniger bezahlen, aber die Differenz nimmt dein eigener Anwalt. Ja, ja, klar, logisch. Das ist ein heißes System. Ohne Überleitung weiter zum Jahr 2023. Auf welchen Veranstaltungen kann man denn dir da so über den Weg laufen? Also ich mache eine eigene Veranstaltung, die mache ich jedes Jahr, die ist im Mai in Lich, also Lich ist hier in der Nähe in Hessen, ich glaube um den 23. Mai, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher. Also müsste ich jetzt nachschauen, habe ich gerade echt nicht im Kopf, aber werde ich natürlich Was heißt denn hier in der Nähe, wo wohnst du denn? Ich wohne nördlich von Frankfurt, so Höhe Gießen, in Münzenberg, was ich immer sage, ich habe hier direkt, also hinter mir durch die Bücherwand 150 Meter habe ich eine Burg und zwar keine kleine. Also natürlich ist meine Burg, auch wenn das Land Hessen sich einbildet, das wäre ihre Burg, das ist natürlich Quatsch. Und hier in der Nähe gibt es im Stadt, da mache ich eben seit 10 Jahren eine historische Veranstaltung, die sind immer sehr nett, die geben mir den Platz, werfen mir noch ein bisschen Geld hinterher und dann füllen wir diesen Platz mit historischen Darstellern. Wir verkaufen nichts, sondern wir erzählen den Leuten nur was über das Mittelalter und in einem guten Jahr sind da so 40 Darsteller auf einem Haufen, also das ist schon nett. Dann werde ich in Brandenburg an der Havel im Historischen Landesmuseum sein, da wird es zum Thema Tafelkultur gehen, da zeige ich was zum Essen und Feiern im Spätmittelalter. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt aktuell noch mehr Sachen habe. Es sind noch ein paar Sachen in der Schwebe, aber nichts, was ich wirklich sagen kann, was ganz sicher stattfindet. Vielleicht bin ich demnächst in Landshut, nicht zur Landshut oder Hochzeit, sondern im Vorfeld, da soll es auch ein historisches Essen geben, das allerdings historisch, also tatsächlich historisch sein soll. Und da werde ich wahrscheinlich so den Mario Domus machen und den Leuten zwischen den Gängen ein bisschen was über Essen im Mittelalter erzählen. Mal gucken, wird dann wahrscheinlich auch da in der Zeitung, also zumindest die Anmeldung durch die Medien gehen. Wenn du da irgendwo unterwegs bist, hast du dann auch eine Menge Equipment dabei, also alle möglichen Zelte und also... Oh ja. Nenn mal drei, vier, fünf Dinge, die du da mitnimmst. Also ich fahre mein Traumauto, nur mein Traumauto ist kein Sportwagen, sondern ein Transporter, so ein ordentlicher und der ist halt voll, wenn alles gut ist. Also letztes Jahr Brandenburg, archäologisches Landesmuseum, da hatten wir was zum Thema Ritter, da hatte ich zwei Zelte dabei, zwei große Betten, drei Tische, davon einen Schreibtisch, also mein Rechentisch, meine Rüstung, ein paar Waffen, Tafelausstattung, zwei Truhen, Teppiche, Wandbehänge, Kleidung für drei Personen, meine Tochter, meine Frau, also das ist, wenn ich irgendwo aufschlage, das ist eine Menge Zeug. Und das ist ja noch nicht was Ginges, es ginge noch mehr. Ja, es geht immer noch mehr. Ja, ja. Ich habe ja hier und da mal auch Kontakt mit Leuten, die in der Reenactment oder Living History Szene zu Hause sind, auch in allen möglichen Epochen, auch viel der Römerzeit und so und da ist es auch nie genug und wenn man die mal sechs Monate nicht gesehen hat, dann haben die wieder ein ganzes Auto voll mit neuem Equipment. Das ist, das scheint ansteckend zu sein. Ja, aber ich glaube, es sind Leute, die sowas machen oder auch wie ich, ich glaube, wenn wir Steine sammeln würden, würden wir Geld dafür ausgeben, nach Papua-Neuguinea zu fliegen und Steine zu sammeln. Also du kannst jedes Hobby exzessiv betreiben. Jetzt habe ich ja tatsächlich ein paar Fragen auch zum Mittelalter vorbereitet, aber vorher noch die Frage, was macht dir denn am meisten Spaß bei solchen Mittelalter-Veranstaltungen? Bei mir ist es ganz klar die Vermittlung. Immer schon. Es war immer schon so, dass ich die meisten Spaß dabei hatte, in meinem Zelt zu sitzen, hinter meinem Tisch und den Leuten was zu erzählen. Also es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze, was die Leute machen. Es gibt Leute, die wollen gar kein Publikum, die wollen unter sich sein, die wollen die Immersion haben. Dann gibt es Bastler. Ich bin so gar kein Bastler, überhaupt nicht. Ich bin so durchaus Sammler, also schöne Dinge mir kaufen, tauschen oder sonst was. Immer großartig. Aber ich bin vor allen Dingen der Erklärbär. Ich bin der, der den Leuten, also schon vorher, also dass ich irgendwann bei YouTube gelandet bin, ist irgendwie am Ende nur folgerichtig. Das macht mir am allermeisten Spaß, wenn ich Leute habe und vor allem, wenn ich das Gefühl habe, Leute zu haben, die mit den normalen Vorstellungen über das Mittelalter bei mir ankommen und mit anderen Vorstellungen gehen. Der Park ist gerettet. Super. Gut, kommen wir zum Mittelalter. Was mir aufgefallen ist bei deinen Videos beziehungsweise was ich ganz besonders spannend fand, ist das Thema Bevölkerungswachstum und Bevölkerungsrückgang. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist ja eigentlich ein Bevölkerungswachstum festzustellen, das ganze Mittelalter über Jahrhunderte und dann kam irgendwann die Pest, das hat einen größeren Einschnitt gegeben und dann, kurioserweise könnte man sagen, hat das zu mehr Wohlstand geführt. Kannst du das ein bisschen erklären, wo da die Zusammenhänge sind? Also der Bevölkerungswachstum, das ist wirklich riesengroß und so um 1300 könnte man sogar sagen, Europa ist eigentlich überbevölkert. Um die Menschen zu ernähren, müssen selbst Höhenlagen unter den Flug genommen werden und landwirtschaftlich bearbeitet werden. Also wir haben da Spuren, im Hochschwarzwald wurde Getreide angebaut. Also wir haben praktisch erst mal vom frühen Mittelalter ausgehend ein langsames Bevölkerungswachstum und dann kommt das, ist der Begriff Hochmittelalter da richtig, wenn man sagt, diese Warmzeit, da ging es dann noch mal noch steiler voran? Das ist eigentlich sehr gleichmäßig, fast schon, weil es kommen ja neue, auch im Frühmittelalter, was gerne so als, die Antike ist vorbei, es geht erst mal runter, aber in der Landwirtschaft ändert sich nicht so viel, also Rom ist prächtig, aber nicht für die römischen Bauern und da kommen sogar neue Techniken, zum Beispiel Räderpflug verbreitet sich, Dreifelderwirtschaft wird verfeinert, also wir haben tatsächlich eine effektivere Landwirtschaft als in der Antike, zumindest keine weniger effektive und dadurch entsteht eben dieses Bevölkerungswachstum, es immer wieder kleine Einschnitte hat und dann kommt erst mal im frühen 14. Jahrhundert eine große Hungersnot, drei Missernten in Folge, das ist so der Bruch der Warmzeit, da geht es ganz langsam abwärts und das ist schon für die Menschen damals eine Katastrophe und dann kommt eben Mitte des Jahrhunderts die Pest, die teilweise arg blütet und lange Zeit hat man sehr hohe Zahlen gehabt, inzwischen so die Forschung, da habe ich tatsächlich im Studium mal was zu gemacht zur Bevölkerungsentwicklung und es gibt da den Begriff der spätmittelalterlichen Agrarkrise, dazu habe ich was gemacht, deswegen bin ich da ein bisschen im Thema und das ist eben so die Folge der Pest, weil überleg mal, wir haben 100% des Landes und jetzt haben wir ein Drittel weniger Bevölkerung, dann müssen wir notgetrunken ein Drittel der Böden aufgeben, wir geben aber die schlechtesten Böden auf, das sind die sogenannten Wüstungen, im 14. Jahrhundert haben wir Wüstungen, je nach Region, ein Drittel bis zur Hälfte der Ortschaften werden wieder aufgegeben und werden eben zu Wüstungen und die restlichen zwei Drittel Boden, die wir bearbeiten, die geben mehr Ertrag pro Hektar, als wir vorher hatten und dadurch haben wir natürlich bei entsprechend weniger Arbeitern einen trotzdem höheren Ertrag, was dazu führt, dass die Getreidepreise einbrechen, teilweise sehr drastisch, also Lebensmittel sind günstig, einige Regionen müssen sogar umsteigen, weil es sich nicht mehr lohnt, also Oberbayern zum Beispiel, kein sehr gutes Gebiet für Getreide, stellt auch Viehwirtschaft um, weil es sich nicht mehr lohnt, Getreide anzubauen, man diversifiziert und gleichzeitig steigen natürlich die Löhne, wenn ich einen Mangel an Arbeitskräften habe, dann kann ich natürlich als Arbeiter oder Bauer in dem Fall sagen, ja, hier, gib mir ein paar Zugeständnisse, weil dein Nachbar sucht auch Bauern. Genau. Ist jetzt übertrieben, ist jetzt plakativ, aber so das Grundprinzip und überleg mal, eine Zeit, in der niedrige Lebenshaltungskosten, aber hohe Löhne vorhanden sind, also davon träumen wir doch, das kennen wir doch gar nicht in der Richtung, das kann man tatsächlich sehen, dass im Späten Alter da ein allgemeiner Wohlstand kommt, das klingt jetzt falsch, weil wir reden immer noch von mittelalterlichen Bauern, also deren Wohlstand ist natürlich bescheiden, wir würden das nicht als Wohlstand sehen, für die ist es aber ein Wohlstand. Im relativen Verhältnis zu der Zeit davor. Genau. Und dann kommen eben so Effekte, dass dieser Bevölkerungsrückgang durch die Pest, der intensiviert sich sogar noch, der wird noch stärker, weil wohlhabendere Menschen weniger Kinder kriegen. Das sehen wir in der dritten Welt. Sobald es im Land etwas besser geht, Sprichst du es gerade an? Ich wollte es gerade ansprechen. Ich glaube, du magst den Vergleich mittelalter Entwicklungsländer nicht so gerne, habe ich in einem Video erfahren. Funktioniert auch nicht, aber ja. Aber an der Stelle möchte ich den Vergleich gerne mal wagen, dass man sagt, ich spreche einfach mal allgemein von der Spezies Mensch, wie bei anderen Tierarten auch, wenn es mehr Nahrung gibt, dann steigt die Bevölkerungszahl. Das kann man in Entwicklungsländern beobachten, seit vielen Jahrzehnten. Aber es gibt einige wenige Länder auf der Welt, die fortschrittlichen Industriestaaten. Da hat sozusagen die Entwicklung zu mehr Wohlstand geführt. Und wenn wir jetzt mal ins 14. Jahrhundert schauen und dann ins 15., ist das so der Glücksfall, dass es hätte ja eigentlich wieder so ausgehen können, wie in der Zeit davor. Der Wohlstand hätte ja dazu führen können, dass dann auch wieder die Bevölkerung wächst. Aber das ist nicht passiert, sondern der Lebensstandard ist gestiegen. Das passiert doch eigentlich nirgendwo. Wenn du mal guckst, gerade heute in der dritten Welt, das Wachstum der Weltbevölkerung schwächt sich immer mehr ab. Durch mehr Wohlstand, ja. Durch mehr Wohlstand. Das ist tatsächlich ein Punkt, den haben wir ganz, ganz häufig. Bangladesch, immer ein Land, das riesige Bevölkerungsexplosion hat. In den letzten Jahren wird er immer geringer, weil wir einen ganz rudimentären Wohlstand bekommen. Das heißt, das könnte praktisch eine Lehre sein, ja aus der Zeit schon, aus dem späten Mittelalter, dass man eben bei der Entwicklung von Ländern darauf achten muss, dass eben nicht die Bevölkerungszahl steigt, sondern der Lebensstandard. Das ist ja einer der Punkte, der in der Entwicklungsarbeit gemacht wird. Dass man sagt, wenn irgendwo der Lebensstandard steigt, dann gibt es auch keine große Überbevölkerung mehr. Das ist tatsächlich etwas, was heutzutage angewendet wird. Einfach weil, wenn du nichts hast, dann sind viele Kinder deine Altersversorgung. Wenn du etwas hast, dann kannst du dir weniger Kinder leisten. Was ist das Antoninius-Fieber? Antonius-Fieber. 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 Eine ganz fiese Krankheit wird durch Mutterkornvergiftung hervorgerufen. Mutterkorn ist ein Pilz, der auf Getreide wächst und sieht man eigentlich relativ gut, wenn man sich anschaut, erkennt man sehr schnell und den zu konsumieren, das sind so ein paar Substanten, die LSD nicht ganz unähnlich sind. Ja. Führt dummerweise dazu, dass die Gliedenmaße absterben, weil sie nicht mehr durchblutet werden und gerade in Notzeiten, immer dann, wenn wir mit Hunger zu tun haben, dann taucht auch das Antonius-Feuer auf, einfach weil dann gegessen wird, was gerade da ist, dann wird Getreide genommen und also es ist jetzt nicht so, dass es eine Riesen-Epidemie war, also nicht im Vergleich, im Vergleich mit der Pest ist es zum Beispiel nicht, aber es war so stark, dass es einen eigenen Orden gab, eben den Orden St. Antonius, der da als Schutzheiliger angerufen wurde und der hat sich der Pflege dieser Leute verschrieben. Man hat wohl relativ schnell festgestellt, es ist nicht übertragbar, also im Vergleich zu Lepra, Lepra-Kranke wurden ja komplett aus der Gesellschaft isoliert. Leute mit dem Antonius-Feuer konnten zum Beispiel als Bettler innerhalb der Gesellschaft leben, wurden dann eben durch diesen Orden unterstützt und wir haben Beispiele, wo es wirklich große Mengen, also viele Menschen betroffen hat, aber ansonsten ist das so etwas, was im Mittelalter immer wieder auftaucht, aber nie so ein Ausmaß bekommen hat wie andere Krankheiten. Aber tatsächlich ist, auf Bildern, wenn man sieht, dass irgendwelche Leute ohne Unterschenkel sind, auf Krücken oder sowas, das sind oft Opfer von Antonius-Feuer. Okay, interessant. Es wird dir ja manchmal vorgeworfen, dass wenn du über das Mittelalter sprichst, nicht genau genug sagst, über welchen Abschnitt des Mittelalters es gerade geht. Also du sprichst dann über das späte Mittelalter, aber du könntest durchaus manchmal erwähnen, dass es im frühen Mittelalter anders war. Nimmst du solche Kritik auf? Nimmst du das an? Ja, klar, ich nehme jede Kritik an und auf, aber mir fällt es vielleicht oft nicht auf, weil ich ja schon sehr schön, vom Thema her schon merke, bin ich überhaupt im Spät- oder Hoch- Frühmittelalter. Ich versuche es aber auch oft anders zu machen. Jetzt gerade bei Brunnen, beim letzten Video, habe ich es genau in diese Epochen eingeteilt, aber ich weiß nicht, ob ich das groß anders machen kann. Ich meine, ich mache halt wenig zum Frühmittelalter, weil es einfach nicht meine Zeit ist. Wenn, dann müsste ich mir dann Experten holen. Werde ich auch in Zukunft tun. Aber ich verstehe halt, dass die Leute frustriert sind, weil ihr Gebiet wenig vorkommt und ich höchstens allgemeine Aussagen machen kann. Ja, es gibt auch sonst Vorwürfe. Also es gibt Leute, die sich daran aufhängen, dass ich eben mit Bildquellen arbeite. Es gab sogar schon die Aussage, irgendwie Bildquellen seien gar keine richtigen historischen Quellen. Doch sind sie natürlich. Klar. Es gibt halt eben immer wieder Dinge, die kritisiert werden und die versuche ich auch aufzunehmen und irgendwie besser zu machen. Habe ich, glaube ich, auch in der Vergangenheit häufiger mal gemacht. Aber ich kann natürlich Mittelalter ist ja sowieso so ein komischer Begriff. Also Mittelalter macht genauso viele Probleme, wie er Probleme löst. Ja. Und weil die Leute hören Mittelalter und wer halt begeistert ist fürs 8. Jahrhundert sagt, ja 8. Jahrhundert, voll meine Zeit und dann bin ich leider 700 Jahre von seinem 8. Jahrhundert entfernt. Ja. Ja, ich habe da schon oft festgestellt, auch in anderen Interviews, dass einige Historiker darauf immer wieder hinweisen, dass man in der Spätantike teilweise schon von mittelalterlichen Verhältnissen sprechen kann und auf der anderen Seite kann man noch bis sehr weit in die Neuzeit hinein von mittelalterlichen Verhältnissen sprechen. Absolut. Dem, was gerade eben das genaue Thema ist. Das ist sehr erfassbar. Das beste Beispiel, ich komme aus Frankfurt am Main und die mittelalterliche Verwaltung der Stadt Frankfurt mit dem Rat und allem, die gab es bis 1866. Also bis 1866 hatte Frankfurt eine mittelalterliche Stadtverwaltung. Also bis zum Jahr Preußisch-Österreichischer Krieg. Ja genau, da wurde es erobert, die Preußen haben es annektiert und dann war es vorbei. Aber bis dahin ist es in der Struktur eine mittelalterliche, ja Staatsform ist schon zu viel gesagt, aber eine Regierungsform. Ja. Ja. Ganz klar. Welche Erfahrungen hast du gemacht mit YouTube Shorts und mit TikTok? Ganz spannendes Thema. Ich habe ja angefangen im Dezember mit YouTube Shorts und ich kann nicht sagen, es gibt ja sowieso so Gerüchte, also Dezember. Wann hast du angefangen mit YouTube Shorts? Im Dezember. Okay. Jetzt vor ein paar Monaten erst. Ein paar Wochen. Und es gibt ja oft so auch die Gerüchte, also im Dezember verdient man besonders viel Geld auf YouTube, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, da hat sich bei mir eigentlich nichts geändert, aber die Shorts sind ganz spannend. Die haben eine nette Reichweite. Es interessant ist aber, dass ich 80 Prozent der Zuschauer kannten den Kanal vorher nicht. 80 Prozent der Klicks kommen von außen. Ja. Und das ist natürlich, also wenn ich mir angucke, wie viele Abonnenten die Shorts reinbringen, dann ist das tatsächlich interessant. Also die haben die Reichweite deutlich vergrößert, das kann ich sicher sagen. Also generieren ja keine Einnahmen oder so etwas momentan. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft ist. Die Reichweite hat sich jetzt auch sichtbar gar nicht vergrößert, aber mit Abonnentenzahlen. Also ich jetzt im Dezember auch viele, viele Abonnenten dazu gewonnen habe. Das liegt ziemlich sicher an den Shorts, die einfach in Gruppen erreichen, die sonst nicht kommen. Und das Lustige ist, ich habe ja immer so eine Kurve. Meine Filme haben so eine Kurve der Klickzahlen und die ist immer gleich. Ich kann nach einer Stunde sagen, wie gut das Video läuft, weil diese Kurve sieht immer gleich aus. Die hat so den Anstieg und wird dann flacher. Die Shorts gehen erstmal steil in die Höhe. Da kommen innerhalb der ersten Stunde 4000 Klicks oder so. Und dann gehen sie in eine normale Kurve über. Das heißt, der Algorithmus nimmt einen neuen Short und horten erstmal eine High Rotation. Und danach geht es wieder in die normale Rotation. Dann gucken die Leute, die meinen Kanal abonniert haben oder sowas. Aber dass da so ein kurzer, also jeder, also ich würde sagen 80% meiner Shorts haben das, aber diese 80%, die haben so einen ganz, ganz kurzen Hype und sie viral gehen es. Und das haben wir einen normalen Film überhaupt nicht. Und das ist natürlich spannend. Weil das bringt Abonnenten. Ich sage es nochmal, du hast dich im letzten Jahr verzehnfacht. Ja, ist so. Also unfassbar. Ich meine, die Zahlen, in denen ich da bin, sind sowieso für meine Nische vollkommen unfassbar. Also ich habe es mal so am Anfang, ja, ich habe tausend Follower, tausend Abonnenten, war ein großes Ding. Und dann kamen irgendwann die zehntausend. Ich habe mich schon gekniffen, weil zehntausend Abonnenten. Und dann haben wir es halt plötzlich jetzt knappe 40.000. Die Abonnentenzahlen bei YouTube sind ja auch nicht mehr so wichtig wie früher. Inzwischen sind es ja die Klickzahlen, die eigentlich der Punkt sind. Aber wir orientieren uns immer noch an Abonnentenzahlen. Und nimm 40.000 Menschen und pack sie in dein Fußballstadion und stell dir das wirklich vor. Hammer, klar. Absolut. Sag noch was zu TikTok. Ja, genau. TikTok ist natürlich ein bisschen anders. TikTok ist die Hölle an Kommentaren. Vollkommen anders als auf YouTube. Und ich hatte auch schon tatsächlich Leute, die mir das angekreidet haben, dass ich jetzt auf TikTok bin, haben die mir echt übel genommen. Aber das habe ich halt schon immer gesagt. Ich gehe dahin, wo ich Leute erreiche. Und ich habe auch früher immer gesagt, ich muss mich nicht in eine mittelalterliche Burg setzen mit meiner historischen Darstellung. Ich setze mich auch in eine Fußgängerzone. Ja. Weil mir ist vollkommen egal, wo ich die Leute erreiche. Und wenn ich auf TikTok Leute erreiche, ich meine, ich habe eine Tochter im TikTok-Alter. Ich weiß, was die sich aus TikTok rausziehen kann. Die kann sogar Fachwissen aus TikTok ziehen. Keine Ahnung, wie und wo. Ja. Also von daher habe ich überhaupt keine Berührungsängste. TikTok ist halt anders. Macht mir wenig Arbeit. Für die, die es nicht wissen, möchte ich gerade erwähnen, auch, dass ich seit Herbst eben auch bei TikTok bin. Ja. YouTube-Shorts, also auch seit einigen Wochen erst. Also auch ganz neu. Aber es ist natürlich spannend, ich kann die YouTube-Shorts auf TikTok wiederverwenden. Genau. Die YouTube-Shorts dürfen ja nur eine Minute sein. Ich könnte theoretisch auf TikTok länger, aber ich benutze genau dieselben Dinger. Ja. Die Reichweite ist sehr okay. Also es gab einen Short, der ist auf 60.000 geklettert. Aber so im Schnitt liegen die zwischen 5.000 und 10.000, würde ich jetzt sagen. Und hey, das sind 5.000 bis 10.000 Leute, die ich mehr erreiche. Ja. TikTok ist halt völlig ohne Verdienst, weil auf TikTok verdient man nur Geld, wenn man gesponsert wird. Und wo soll ich bei mir Sponsoring reinhauen? Das ist ja albern. Also was soll ich machen? Schnelle Quelle und guck mal, ich trage dieses Hemd von bla bla bla. Absurd. Also von daher, TikTok ist wirklich so, ich verdiene überhaupt nichts daran. Ja, wo die Hoffnung ist, dass du Abonnenten eben rüberziehst auf den YouTube-Kanal. Korrekt. Korrekt. Das ist natürlich der Gedanke dahinter. Aber auch da, wenn ich aus TikTok jemanden auf meinen YouTube-Kanal ziehe, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das, was ich erzähle, irgendwie von Wert ist, dann habe ich ja einen Beitrag geleistet. Auf Instagram habe ich die Shorts auch, aber da guckt sich kein Mensch an. Zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich dann doch noch eine Frage zum Mittelalter stellen, über die du wahrscheinlich eine ganze Stunde sprechen könntest. Mal schauen, ob du es sehr kurz zusammendampfen kannst. Nämlich die Frage, wie genau haben Zünfte dazu beigetragen, die Gesellschaft zu modernisieren? Ah, die Zünfte ist ein ganz spannendes Ding, weil Zünfte sind Modernisierer und Bremsklotz zugleich. Also erstmal haben Zünfte natürlich, die Grundidee einer Zunft ist ja Qualitätssicherung. Die Handwerker schließen sich zusammen, machen Mindestanforderungen, prüfen sich gegenseitig, es wird eine Mindestanforderung an die Qualität gestellt. Gleichzeitig werden aber auch gute Preise verlangt. Also man einigt darauf, heute würde man es illegale Absprache nennen, aber man einigt darauf, ein gewisses Preisniveau zu haben. Und das ist ja erstmal von Vorteil. Wir haben hochwertige Waren und die Handwerker können davon leben. Alles prima. Leider verfestigen sich die Zünfte dann und nehmen nur noch die Leute auf, die sie aufnehmen wollen mit Prüfung. Also es gibt ganz hohe Hürden und niemand anders darf in dem Feld arbeiten. Also wenn einer kommt und jetzt irgendwie Waren anbietet, auf die die Zunft ein Anrecht zu haben scheint, dann passiert es halt auch gerne mal, dass die Gesellen kommen oder die Lehrlinge und den Laden kurz und klein hauen. Also daher kommt jemanden das Handwerk legen, bedeutet wörtlich ich gehe hin und mache seine Werkstatt kaputt. Und das waren dann eigentlich, also die negative Seite ist sozusagen, das waren Kartelle, Monopole, würde man heute sagen. Auf der anderen Seite das Gute, es war eine Art Qualitätssicherung. Und was du jetzt noch nicht erwähnt hattest, da frage ich dich, ob das stimmt. Und es entstanden dadurch Institutionen, die vorher noch nicht da waren, also neben der eigentlichen Herrschaft, die aber im Laufe der Zeit eine eigenständige Macht entwickeln konnten. Ja, das ist auch schwierig, weil in der Herrschaft reden wir in den Städten fast immer von den Patriziern. Also wir haben ja bei fast allen Städten, die machen ja irgendwann eine Selbstverwaltung und dann sind erstmal die Patrizier am Ruder. Und dann haben wir eigentlich in jeder Stadt haben wir irgendwann den Konflikt zwischen Handwerkern. Also den Zünften und den Patriziern. Gibt es ganz viele Beispiele. In Köln zum Beispiel heißen die Zünfte zwar Gaffeln, aber das ist genau derselbe Konflikt. Da gibt es eine regelrechte Schlacht innerhalb von Köln. Und dass es diesen Konflikt überhaupt gibt, spricht er dafür, dass die Einfluss hatten. Ja, haben sie. Die Union, die es nicht gab vorher im frühen Mittelalter, wickelt und hat Einfluss. Ja, aber es geht ganz unterschiedlich. Also in Nürnberg zum Beispiel gewinnen wir Patriziern. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich frage deshalb, weil das ist ja so ein erster Minischritt hin zu einer Gewaltenteilung. Nee, ist es nicht. Weil in Nürnberg zum Beispiel läuft es anders. Da gewinnen die Patrizier und verbieten die Zünfte. Wo die Zünfte sich halbwegs durchsetzen, wird dann ein Stadtrat gebildet, der aus mehreren Bänken besteht. Und eine dieser Bänke gehört den Zünften. Also es ist so, dass sie beteiligt werden, aber dann wieder ins System integriert werden. Sie werden Teil der normalen Stadtverwaltung, die sich einfach aus verschiedenen Bänken zusammensetzt, aber es ist immer noch eine Körperschaft. Es ist nicht so, dass die Macht geteilt wird. Im Sinne von, es gibt zwei Sätze, sondern sie werden einfach in die Regierung reingeholt. Und das Ganze, später sind sie dann quasi Teil der Stadtregierung. Und da haben wir dann wieder das Boden durch die Verfestigung. Wer nicht in die Zünfte kommt, ist wieder nicht Oberschicht. Ja. Gut, aber vorher war ja sozusagen ganz oben der Adel und in seiner Sonderrolle der Klerus. Nicht in den Städten. Okay, und die Zünfte, die gibt es ja nur in Städten, ja? Ja, genau. Beziehungsweise auch nicht in allen Städten. Also es gibt ja, wie soll ich sagen, aus heutiger Sicht Gottesstaaten, wo ein Fürstbischof regiert, da wurden die Zünfte klein gehalten, oder? Im Gegenteil, im Gegenteil. Bei den Städten ist es so, dass in den Bischofsstädten die Zünfte sogar früher mächtig werden, als in den Königstädten. Okay. Auch in den Bischofsstädten haben wir als erstes Eigenverwaltung, weil der König, der darüber entscheidet, gibt natürlich einer Bischofsstadt, die nicht ihm gehört, viel freigiebiger Rechte als seine Eigenstädte. Ah, nee, okay. Also Frankfurt am Main kriegt erst im 14. Jahrhundert Selbstverwaltung, weil es eine Königsstadt ist. In Mainz haben wir lange vorher was. Dann gibt es natürlich auch Konflikte, also in der Mainzer Stiftsfäde schmeißt der Mainzer Erzbischof erst mal sämtliche Patrizier, sämtliche Zünfte raus, bereinigt das Ganze kurzerhand. Aber tatsächlich in den Bischofsstädten haben wir viel früher Selbstverwaltung. Und die erste Stadt, in der wir überhaupt Selbstverwaltung in Deutschland haben, ist Worms, eine Bischofsstadt. Okay. Jetzt ist es interessant, ich habe mal, das ist schon länger her, ich glaube zwei Jahre, da habe ich mit Ralf Krapuschnik gesprochen, ein Historiker in München, haben wir uns da damals getroffen. Und er führte die Rückständigkeit von einigen Fürstbistümern eben unter anderem darauf zurück, dass da Zünfte klein gehalten wurden. Da hat er, ich glaube, Landshut genannt, Würzburg, Bamberg, sozusagen die Hauptstadt der Hexenverbrennung. Was kannst du dazu sagen? Hat sich das vielleicht, also nochmal eine Frage grundsätzlich dazu. War das, was du vielleicht gerade sagst, am Anfang so und dann als sozusagen das Mittelalter langsam in die Neuzeit überging, wurde dann in den Fürstbistümern die Modernität, die eigentlich vorher schon da war, dann wieder zurückgedreht? War es vielleicht so? Ja, genau. Also erstmal, wir reden bei Städten, jede Stadt ist anders. Also wirklich, wir haben ähnliche Mechanismen, aber wie es ausgeht. Wie gesagt, wir haben ganz unterschiedliche Ergebnisse. Wir haben Städte, wo die Zünfte zur Stadtregierung werden. Wir haben Städte, wo sie verboten werden. Und der Punkt ist, es kommt ja, nach dem Mittelalter kommt ja überhaupt erst der Absolutismus. Diese Machtfülle des Adels, zu sagen, ich bin ein absolutistischer Herrscher, was ich sage, passiert. Das ist im Mittelalter ja mehr oder weniger unbekannt. Der mittelalterliche Adel hat diese Macht nie. Das kommt in der Neuzeit. Und dann können natürlich, also du hast gerade die fränkischen Bistümer genannt, das sind eben... Das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber müsste man da nicht dann unterscheiden eigentlich? Also ich dachte immer davor, war der Adel mächtig und dann im Absolutismus war der Adel dadurch weniger mächtig, weil dann der König sozusagen der große Mächtige war. Ja, ist richtig. Also das sieht man auch im Mittelalter. Der Adel, gerade der Ritterstand, verliert ja enorm an Macht und dafür werden die territorial Adeligen mächtig. Das ist so die Entwicklung des 15. und 16. Jahrhunderts. Die Fürsten, die Herzöge, die können die Macht wieder an sich bringen und eben auch die Fürstbischöfe und Erzbischöfe. Und wenn der natürlich dann, du hast die fränkischen Bistümer genannt, wenn dann zum Beispiel ein Bischof in Bamberg, der letztlich absolute Macht hat, der kann dann wieder sagen, die Stadtregierung ist mir völlig egal. Da kommen noch neue Ideen, also nicht die Stadt regiert sich selbst, sondern der Adel übernimmt wieder, setzt dann seine Amtsleute ein und dadurch wird die ganze Stadtregierung, also gerade die ganzen Residenzstädte, die hatten keine Selbstverwaltung. Also sowas wie Frankfurt oder Nürnberg ist da eine Ausnahme. Es waren beides keine Residenzstädte. Es gibt kein Bischof, gibt kein Adeligen. Es war eine freie Stadt. Die freien Städte, die können das behalten. Köln ist so ein bisschen eine Ausnahme, weil Köln ja immer ein bisschen im Konflikt ist. Aber wir haben eben wirklich so diese freien Reichsstädte, die können ihre mittelalterliche Stadtregierung behalten. Viele, viele andere Städte, die zu Residenzstädten werden, werden direkt von oben regiert. Und dann ist die Stadtregierung im Prinzip entmachtet. Also auch die zünftet dadurch. Man sieht, wie komplett das Thema ist. Nochmal nachgefragt, ob ich das richtig verstanden habe. Das heißt, dass die Fürstbistümer, die in der Neuzeit so rückständig sind, die ja zu Gottesstaaten werden und wo viele Hexen verbrannt werden, unter anderem in Bamberg und so weiter, die waren vorher schon mal moderner. Ja, sicher. Ziemlich sicher. Also in Bamberg wurde das erste Buch in deutscher Sprache gedruckt. Ja, okay. Also, wobei das mit dem rückständig ist so ein bisschen schwierig. Sie verlieren oft technisch den Anschluss. Also da sind andere Gebiete sinnvoll. Aber wirklich von rückständig sprechen im Sinne, auch das mit der Hexenverbrennung. Da habe ich ja ein Video zu gemacht, sogar zwei. Welches Wort würdest du verwenden, um das so ein bisschen, dieses Auf und Ab darzustellen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ist tatsächlich sehr, sehr schwer, weil moderner aus heutiger Sicht war ja dann so eine Stadtverwaltung, wenn sozusagen Bürger mitreden durften oder zümpfte und dann, wenn der Fürstbischof wieder die absolute Macht hatte und dann sogar die weltliche und kirchliche Macht, dann war das ja aus heutiger Sicht wie der heutige Iran so eine Art Gottesstaat in Würst. Nee, nur im Sinne von demokratischen Vorstellungen, weil gerade in diesen Fürstbistümern, die hatten insofern eine moderne Verwaltung, als dass sie sich nach modernen Strukturen die Verwaltung aufgebaut haben. Also mit Beamten, die auf Lebenszeit agieren, mit entsprechenden Kanzleien und so. Also das sind moderne Verwaltungsapparate. Da passiert ganz viel in der Verwaltung. Natürlich passiert genau in den Sachen, was geistige Entwicklung angeht, weniger. Also die Kirche ist nicht so gewesen, ich verbrenne jeden, der anderer Meinung ist. Aber gerade nach der Reformation, Reformation gegen Reformation, wird es natürlich giftiger. Also das ist natürlich die Zeit, wo die Auseinandersetzung anwächst. Ja. Im Mittelalter sind Ketzerprozesse bekannt, aber längst nicht so häufig, wie man gerne mal denkt. In der Neuzeit zieht das Ganze durchaus an und das drückt natürlich auch auf die geistige Welt. Es ist kein Wunder, warum zum Beispiel ein Johann Wolfgang von Goethe, warum der aus dem Frankfurt, auch die Städte waren jetzt nicht das geistigste Pflaster, warum der nach Weimar geht, an den Hof eines aufgeklärten Fürsten und da seine freie Entfaltung findet. Ja. Der wäre nicht nach Bamberg gegangen. Der wäre auch nicht in Frankfurt geblieben. Also da sieht man natürlich Unterschiede. Aber rein von dem Verwaltungsapparat war Bamberg modern. Ja. Das zeigt wieder einmal, es ist kompliziert. Es ist alles super kompliziert. Also gerade das Thema, das du gerade angeschnitten hast, kann man locker eine Stunde reden, allein mal, indem man die verschiedenen Varianten aufzählt. Stadtentwicklung, wie gesagt, keine Stadt ist wie die andere. Die haben zwar Ähnlichkeiten, aber es gibt überall Sonderfälle. Und wenn es dann auch geht in die Neuzeit, das sind ganz, also man hat immer so die Vorstellung des ständigen Fortschritts. Es wird alles immer irgendwie besser. Gerade was so 16, 17 Jahrhundert angeht, wird es für ganz, ganz viele Menschen eher nicht besser, weil der Absolutismus auch eine viel höhere Steuerlast mit sich bringt. Viel höher. Die Adeligen wollen sich finanzieren, was ja dann letztlich auch in Frankreich am Ende schief geht. André, ich mache sehr gerne irgendwann in der Zukunft wieder ein Video mit dir. Für heute sage ich Dankeschön für deine Zeit. Sehr gerne. ��yszer und Zorno. 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 Zorno.